Okay, da vorne ist Party. Wir schmeißen mal einen Köder. Okay, hat super funktioniert mit dem Köder. Tolle Sache, ganz tolle Sache. Vielleicht hätte ich nicht mit der brandenden Fackel hingehen sollen. Egal, andererseits wird es auch wieder Tag. Dann stirb gefälligst. Oder lauf weg. Gehen wir halt nicht auf den Sack. Dich brauchen wir auch noch. Wo ist er? Ich treffe mit dieser verfickten Keule halt auch einen Scheiß, ne? Für, die hätte ich noch gut gebrauchen können. Bleib mal hier, du kleine Mistkröte, Alter. Lauf halt nicht drei Kilometer weit weg. Bringt dir doch eh nichts. Ich krieg von hinten schon wieder Besuch. Das ist nicht so nett. Die kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten. So. Du bist der Kollege, den ich gesucht habe, ne? Alter, ganz ehrlich, wie viel denn noch? Und du kannst dich auch mal gepflegt verpissen, ey. Hättest du dich nicht weiter um deine scheiß Ziege kümmern können oder so? So, toll. Welcher von den beiden roten Punkten ist jetzt der, den ich haben wollte? Fuck. Ganz toll. Seltener schwarzes Löwenfell. Danke. Mehr wollte ich gar nicht. Tierhaut, okay. Ach, ich kann eine Hütte aufwerten. Kein Scheißcraft und das war's. Falsch geguckt. Dorf geht was. Kann ich das von hier machen? Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal die Schleuder, bevor wieder was dazwischen kommt. So, ich kann, dafür brauche ich noch zwei Daxfell, aber hier kann ich theoretisch. Okay, das können wir machen, aber nicht von hier. Das müssen wir an der Hütte machen. Das ist okay. So, wir haben jetzt die Schleuder. Theoretisch. Oh, ich drücke immer B. Will ich gar nicht. So. Halte die Waffenradtaste gedrückt, um die Schleuder bereit zu machen. Das ist doch kacke. Ja, wohl nicht. Habe ich da jetzt Bock drauf? Nicht wirklich. Hallo. Kann das Waffenrad bitte wieder zu? Also irgendwas ist hier noch seltsam. Das macht einen Scheiß. Der ist irgendwie nichts mit Schleuder auswählen, ne? Geht nicht. Also ich wüsste gerade nicht wo. Wir gucken nochmal. So. Vollständig verbessert. Besonderheiten. Kopftreffer können Gegner töten. Steuerung. Halte. Maustaste 5. Das ist lustigerweise auch die Taste fürs Waffenrad. Gedrückt, um die Schleuder bereit zu machen. Und das los, um zu feuern. Ja, dazu müsste ich das Ding aber erstmal auswählen können. Ihr Flitzpiepen. Wenn ich die Taste gedrückt halte, geht halt das Waffenrad auf. Am Arsch. Holy shit. Far Cry Primal. Kaum geht die Keule aus, greifen die Mistviecher an, ey. Heilen. Danke. Ach ja, glaub mal nicht, dass ich dich in Ruhe lasse. Das war überhaupt nicht nötig. Dreckiger Mistköter. So. Meine Fresse. Alter, die Fauna nervt echt ein bisschen, ne? Immerhin seltenes Fällen. Wenigstens das. So, eigentlich will ich aber... Toll. Kletterhaken. Am Arsch. Darum. Man kommt hier zu nichts, ne? Komm her. Hallo? Heilen? Danke. Dann kurz warten, bis das da alles abgebrannt ist. Und fröhlich weiterheilen. Hm. Nettes Feuerchen gemacht. Wir brennen nur ein bisschen, aber wir haben zumindest ein Dachsfell. Das ist okay. Brauchen wir, glaub ich, noch eins, dann können wir unsere Hütte auch aufwerten. Also unsere private. Das ist ganz okay. Letztendlich würde ich aber trotzdem ganz gern da hinten zu der Höhle. Ich würde sagen, was läuft denn da für ein komisches Tier? Aber das ist ein Venture. Der darf da laufen. So, mich regt das gerade mit der Schleuder ein bisschen auf. Ich muss mal ganz kurz... Ziehen, Tastatur, Maus, Steuerung anpassen. So, sprinten, springen, Pfeil zurückziehen, interagieren, heilen, werfen. Waffe entzünden, Wurfwaffe hoch wechseln, Wurfwaffe runter wechseln. Das... Da zählt die Schleuder auf jeden Fall schon mal nicht mit zu. Ach, das Waffenrad ist auf vier. Okay, dann ist... Okay, vergesst es. Dann ist... Verrückt. Ich bin einfach selber doof. Es war alles meine Schuld. Ich habe einfach die Maustasten falsch im Kopf gehabt. Ja, ist auch schön, dass ich damit aber gar nicht zielen kann. Äh. Weil das Ding irgendwie sofort wieder loslässt. Gut, dann geht das jetzt mal auf mittlere Maustaste. Mal gucken, ob es damit wenigstens geht. Zurück. Vonsetzen. Ah. Damit kann ich das sogar halten. Fantastisch. Da gehen wahrscheinlich Schieferdinger bei drauf, ne? Hi. Guck mal, in dieser Höhle ist garantiert irgendwo eine Hand. Nicht? Eigentlich sollte die genau hier sein. Und zwar auch auf dieser Höhe. Ob wir da was aufspringen können oder ob wir einfach von der anderen Seite... Hi. Na komm, lauf raus. Komm nicht wieder. Okay. Ach hier. Sieh mir einer an. Kommst du doch wieder. Na komm her. Komm her. Bist du jetzt vor Angst gestorben? Nein, du bist einfach nur von der Minimab verschwunden. Unglaublich. So, das ist soweit okay. Dann... Was haben wir denn hier eigentlich noch liegen? Da ist der Gegenstand bereits voll. Na ja, schade. So, dann können wir hier noch reinkriechen. Und... Tata! Da kriegen wir sogar eine Belohnung, ne? Theoretisch? Theoretisch? Oder auch nicht? Wo kommt denn der scheiß Wolf jetzt eigentlich her? Eigentlich müsste ich mir dringend mal wieder ein Vieh zähmen. Sprach's und schieße auf den erstbesten Wolf, der mich nicht angreift. Großartig. Alles richtig gemacht. So, wo ist er hin? Schönes Ding. Ach ja. Ähm... Okay. Soweit, so gut. Liegt hier noch irgendwo was? Sollte hier nicht eigentlich eine Höhlenmalerei irgendwo sein? Nur so ganz nebenbei. Moment, ich glaube, die war da sogar. Wir müssen nur irgendwo anders noch hin. Komm, du bist doch gerade hier drin gespawnt. Kannst du mir nicht erzählen. Du auch. Komm, verpiss dich. Ja, ja. Ich kann diese Bestie zähmen, aber nicht jetzt. Du bist gelootet? Alles klar. So, hier ist doch gerade... Da vorne ist die Hand aufgetaucht, aber die ist... Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Das kann ich hier machen? Pennen wahrscheinlich, oder? Okay. Ah, ganz toll. Der Köder hat sich ja gelohnt. Ach, guck mal. Da ist Platz für eine Bombe. Ja, gut. Frisst den Köder halt nicht. Ach, nee. Es ist alles irgendwie nicht so, ne? Aber zumindest haben wir den Köder wieder. Okay, wir können da auf jeden Fall was aufspringen irgendwo. Irgendwo habe ich hier gerade drei weiße Streifen an der Wand gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Aber irgendwo, naja, machen wir irgendwann später vielleicht. Nicht jetzt. Habe ich gerade keinen Bock zu. Wir haben eh keine Bomben. Da vorne liegt irgendwas. Unter uns liegt irgendwas. Was wir looten können. Was auch immer das ist. Tja. Wahrscheinlich Südstein oder Nordstein oder Steinstein. Schinkenstein. Niemand weiß das. Speckstein. Speckstein vermutlich. So, die Hand ist vermutlich... So. Bevor ich da runtergehe, will ich da runter. Wir waren in der Höhle. Dann können wir eigentlich... Ah, das ist die Höhlenmalerei. Okay, die ist eh unter uns. Dann vergessen wir das. Da kommen wir jetzt eh nicht ran. Dann... Auf welcher Höhe ist der Spaß? Schon ungefähr auf der. Wir bleiben mal oben, bevor ich da jetzt runterrutsche. Ich wittere Dachs. Ich wittere Schmerzen. Oh, da legt er sich nieder. Okay. Nice. Dann müssten wir jetzt eigentlich sogar unsere Hütte aufwerten können. Das ist exakt das, was ich wollte. So, hängt die Tasche im Baum oder liegt die hier irgendwo? Die liegt da, oder? Nein, die hängt da. Okay, das ist mir den Fall nicht wert. Kann ich das Ding zähmen? Oh, falsche Taste. Das war knapp. Ich dachte schon, er wird mit dem Fressen fertig, bevor wir ihn zähmen können. Aber okay. Wow, das gab gut XP. Nice. Damit können wir jetzt auf jeden Fall mehr Pfeile herstellen. Fallschaden verringert. Was kommt denn danach? Ah, Tiermarkierung ist dann ganz gut. Und Tiere für Orte, das will ich auf jeden Fall auch haben, aber das ist eher was für später. Erstmal mehr Pfeile. Brauchen wir weniger Holz, das ist gut. Na komm, wo? Was und wo? Okay, irgendwas hat da was gerissen? Ziege. Naja, egal. Hauptsache Tierhaut. Brauchen wir. Bisschen Hartholz schadet auch nichts. Kommen wir hier runter, ohne uns zu große Schmerzen zuzufügen? Ja, hier. Oh, da fällt mir was ein. Hier laufen ja auch Gegner rum, ist ja ein Leuchtfeuer. Bist du gerade mit einem Schlag? Ich glaube, das wird nicht schön, oder? Fetty McFetFet? Wird gar keinen Spaß machen. Oh nein, der wird gar keinen Spaß machen. So, gar nicht. Das war sehr schäbig geworfen. So, brenne wenigstens erstmal. Wieder halt einfach mit einem Schlag. Ah, sehr schön. Komm. So, und das lebt wieder. Einmal looten, bitte. Immerhin eine Keule. Und zwei Pfeile. Und fett. Mindestens ein bisschen was wieder. So, ich kann auch hier bestimmt meinen Pfeil anzünden, oder? Sehr schön. Wenigstens eine sinnvolle Sache geschafft. Okay, das heißt, ich will auf jeden Fall auch die... Können wir die Eule aufwerten, damit ihr die Fetten umhaut? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, guck mal, da gibt es noch Holzföll wieder. Sehr schön. Ah, hier können wir jetzt schnell reißen. Das ist eigentlich... Das ist eigentlich total gut. Das machen wir eben nochmal. Wir gehen dann zumindest noch runter zu der Höhle. Wobei... Nee, warum? Wir gehen erstmal nach Hause. Und dann kümmern wir uns, glaube ich, um den Mister hier. Um Woga. Das ist, glaube ich, die ganz gute Sache. So, dahin schnell reißen. Ausruhen möchte ich mich gerade nicht, aber wir können garantiert hier was mitnehmen, oder? Das sieht doch alles ganz nett aus. Guck mal. Das Ding können wir uns auch vollkloppen. Nice. Wow, immerhin einmal Nordseeler. Naja, besser als nichts. Okay, dann... Können wir jetzt auf jeden Fall unsere Bude erstmal aufwerten. Die Frage ist... Ja, doch, das will ich, glaube ich, auch als erstes mit. Wird langsam. Nice. 3000 XP. Sweet. Das gibt gleich zwei Fähigkeiten... Fähigkeitenpunkte. Die brauchen wir. Außerdem können wir... Können wir hier... Nee, da brauchen wir Mammuthaut. Das können wir vergessen. Können wir noch? Ähm, ich glaube, ich habe jetzt... Ach, Mist, falsche Taste. Ähm... Eigentlich konnten wir sein nur noch, aber da brauchen wir jetzt Alderholz für. Okay, da müssen wir noch ein bisschen Holz sammeln. Aber ganz ehrlich, Alderholz kriegen 38. Holy shit. Das ist aber, glaube ich, eine Sache, die würde ich ganz gerne machen. Du willst was von mir? Nee. Später. Ich habe erstmal was anderes vor. Holz sammeln. Ganz überraschend. Und auf jeden Fall... Den anderen Knispel erstmal holen. Das ist mir gerade viel, viel wichtiger. So, was will ich denn? Mehr Fleisch? Nee. Durchsucht Gegner automatisch bei Takedown? Nee, ist nicht so wichtig. Also das will ich auf jeden Fall. Das wird vieles einfacher machen. Das würde noch einen weiteren Fähigkeitenpunkt kosten. Das ist mir gerade alle... Also das will ich prinzipiell, aber das kostet eh vier. Also da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Mehr Tierfett und mehr Tierhäute ist natürlich nett. Finde beim Sammeln noch mehr shit. Ja, auch nicht verkehrt. Das ist hier. Bewege dich in der Hocke schneller. Nee, das ist nicht so wichtig. Gesundheitsregeneration wäre interessant. Geräuschreduzierung wäre auch interessant. Aber ich glaube, von allem, was wir haben... Splitter-Takedown, schwerer Takedown. Das wird auf jeden Fall wichtig. Und Keulen- und Sperrtechnik. Ah, alles nicht so einfach. So, da brauchen wir Mammut-Hautfühle. Das können wir total vergessen. Okay, das macht nicht so viel. Das können wir auch erstmal massiv vergessen. Seltene Hirschhaut vor allem. Ah, und die Höhle ist jetzt vollständig ausgebaut. Das ist schön. Okay, wir machen erstmal... Quest for Holes quasi. Erstmal Holz holen. Und das können wir aber wahrscheinlich ganz gut auf dem Weg... ...zu ihmchen hier machen, oder? Wir gehen mal hier hin.